Hallo und Servus aus München, ich grüße dich. Heute in diesem Video werden wir mal beleuchten, wie komme ich denn an Kunden ran, die zahlungskräftig sind? Welche Branchen aktuell sind denn zahlungskräftig bzw. wo gibt es denn was zu holen? Also letztendlich, du bist noch ganz am Anfang, dir direkt Neukunden über Direktmarketing, Direktvertriebsmaßnahmen, vielleicht sogar schon ein bisschen Online-Marketing kombiniert, Direkt Kunden zu gewinnen oder zu gewinnen zu wollen, hast aber eigentlich noch gar keine Ahnung so richtig, wie es in der Praxis funktionieren könnte als IT-Dienstleister, Softwareentwickler, Berater, Agenturinhaber meinetwegen auch schon. Viele sind, sagen wir mal, ein, zwei Mitarbeiter oder haben sich zusammengetan als Partner, haben dann irgendwie einen Kunden gewonnen, dem sie einfach durch Zellteilung einfach einen ehemaligen Arbeitgeber sozusagen dann als Kunden gewonnen haben oder ähnliches. Das ist auch eine ganz normale Geschichte. Häufig funktioniert es eben so und dann hast du da, sagen wir mal, zwei, drei Jahre zu tun und dann plötzlich aus irgendeinem Gründen, ja, Disruptionen oder Markteinbrüche, was weiß ich, jetzt gerade Immobilienbranche, da geht es gerade nicht so gut, Baubranche, ja, also zuerst war irgendwie Rohstoffzufuhr nicht ganz okay, dann plötzlich die Rohstoffpreise, dann wieder was anderes, jetzt die Zinserhöhung und so weiter. Und deswegen ist vielleicht jetzt gerade die Baubranche jetzt nicht gerade so das aktuelle Zugpferd, ja, wo du, sagen wir mal, gut Geld verdienen kannst als direkt, ja, direkt Dienstleister, ja. Aber es gibt vielleicht andere Bereiche, naja, wer profitiert denn davon, dass die Zinsen wieder massiv gestiegen sind und zwar noch nie so schnell seit, ich glaube, 80 Jahren, also in dem kurzen Zeitraum, so schnelle Zinserhöhungen gab es seit den 70er Jahren, glaube ich, nicht mehr. Schlagt mich tot, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es gibt immer, und du musst eines mal prinzipiell verstehen, und das ist auch das, wo wir uns hier bei kleinen Marketing-Consulting, Coaching-Consulting-Services massiv unterscheiden zu allen anderen sogenannten Demand-Generation oder Lead-Generation-Agenturen, ne, denen gibst du irgendwie eine Liste und die telefonieren das ab, ja, oder denen gibst du irgendwie einen Auftrag, ich will so und so viele Leads und dann schalten die Kampagne. Und that's it. Wir, wir nehmen unsere Kunden komplett an die Hand und wir machen uns wirklich Gedanken, okay, welche Branchen, Nischen aktuell sind denn am lukrativsten, welchen geht es denn letztendlich jetzt gerade eben genau deswegen, weil es wieder anderen Branchen, es gibt immer einige Branchen, denen geht es nicht so gut, und dann gibt es andere Branchen, denen geht es deswegen dafür umso besser, also muss man grundsätzlich verstanden haben, wie Marktwirtschaft überhaupt generell funktioniert, unser ganzes Wirtschaftssystem. Es ist ja nicht so, dass es jetzt plötzlich, nur weil bei der Baubranche weniger zu holen ist, also denen geht es nicht so gut, die haben weniger Budget, ja, meistens haben sie gar nicht weniger Budget, sie haben einfach nur viel Angst, ja, und dann sozusagen typische Prokrastinierung, ja, von Investitionen und so weiter, werden dann quasi einfach nur mal auf Eis gelegt und so weiter. So ähnlich wie 2018, 2019 nach dem Diesel-Skandal bei der Automotive-Branche, ja, einfach mal einfach alles auf Eis gelegt. Du musst einfach prinzipiell mal verstehen, Wirtschaft, also es ist ja nicht jetzt weniger Geld im Wirtschaftskreislauf vorhanden, als wie noch vor einem Jahr, ganz im Gegenteil, es ist mehr Geld vorhanden, wie noch vor einem Jahr. Ja, und vor zwei Jahren, vor einem Jahr wieder mehr Geld wie vor zwei Jahren, also letztendlich tendenziell wird immer neues Geld, frisches, neues Geld geschöpft, durch Kreditvergabe, man muss auch generell mal das Geldsystem verstanden haben und das Wirtschaftssystem, und dann hat man auch verstanden, dass letztendlich da, wo eine Branche gerade unter Druck ist, ist eine andere Branche dafür gerade am florieren, ja, und die ist zum Beispiel Banken und Versicherungen, wo es ja, die ja natürlich zum ersten Mal seit 20 Jahren, ja, wieder einen normalen Zinssatz verlangen dürfen, wenn sie zum Beispiel Kredite vergeben. Also die waren ja quasi, ich mal siehst, unter Druck, die waren ja quasi chronisch pleite schon fast, ja, aufgrund dieser Negativzünden und was wir da alles hatten, was es ja in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, so noch nie gab, ja, aufgrund von wieder anderen Begebenheiten und so weiter. Das heißt, hier bei Clermatik in den Coaching- und Consulting-Services, bei uns ist es auch so, dass wir letztendlich auch ein Gesamtverständnis haben von wie Wirtschaft funktioniert und deswegen immer für unsere Kunden eine Branche finden werden, wo wieder Geld zu verdienen ist, ja. Wenn du natürlich auf deiner Seite auch die Hausaufgaben machst, das heißt, du bringst gute Qualität, ja, mit dem, was du machst, wie du es machst und alles andere, was eben dazugehört, ist ja ganz klar. Aber wir erfüllen unseren Teil, wenn du deinen Teil erfüllst, und dann sind wir alle glücklich und zufrieden und erfolgreich. Also, hier mit diesem Video nur ganz kurz mal einen Impuls gesetzt, wenn du, also viele sozusagen beginnen sich auch, was auch wieder so ein typisch deutsches Phänomen ist, ja. Es funktioniert irgendwie alles in einer Branche, also ich habe mich zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel Immobilienbranche, Immobilienmakler oder Immobilienentwickler für die Immobilienbranche und so weiter. Die haben irgendwie jetzt 10, 15, 20 fette Jahre gehabt, ja, mit Minuszinsen und so weiter. Ja, Kreditvergabe, super easy, jeder hat einen Kredit bekommen. Und jetzt plötzlich zum ersten Mal seit 20 Jahren, die meisten davon sind erst zwei Jahre im Berufsleben vielleicht, oh, was ist jetzt, es ist die Welt zusammengebrochen, ja, und begeben sich sofort in die Opferrolle. Und das ist eben bei uns nicht so, ja, also wir schauen auch sofort, okay, hier ist das passiert, wo werden jetzt die Ressourcen allokiert, ja, die Kapitalmärkte, wie reagieren die, wohin geht's? Und das sind eben Versicherungen und Banken zum Beispiel, die jetzt quasi zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Geld verdienen eigentlich dürfen. Und das auch sehr intelligent, das darfst du mir glauben, ja, Banken und Versicherungen, denen ihr einziges Geschäft ist ja eben die Allokierung von Geldressourcen und Investment, ja, die machen ja ganz lange nichts anderes. Und dass diese sagen, okay, jetzt haben wir zum ersten Mal wieder einen positiven Cashflow seit irgendwie 20 Jahren und jetzt nutzen wir das, um was zu tun? Endlich unsere Prozesse zu digitalisieren, ja, Paperless Office und so weiter. Du kannst gar nicht glauben, wie weit zurück sie teilweise noch sind, insbesondere die lokalen Banken, ja, sowas wie, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, also lokale Banken, kleinere Banken, ja, Volksbanken und so weiter, ja, die teilweise noch sehr rückständig sind, weil sie jetzt aber auch nie das, nicht das Geld hatten, also immer auf quasi Negativmarge sozusagen unterwegs waren, jahrelang. Und das ist jetzt nur ein Puls, einfach nur, es gibt noch viele andere Bereiche, wo du einfach einen totalen Boom hast, ja, Branchen und so weiter, wo es auch immer was zu tun gibt, wo es auch immer Budgets geben wird. Und da kann sich dann auch wieder was ändern. Und da sind wir eben für unsere Kunden wieder da genau dran, hier wieder reinzugehen und zu schauen, okay, jetzt ist die Branche unter Druck, wer da was oder, ja, welche Branche dafür profitiert hier wieder und welches Land und so weiter, ja. Und wir schauen auch grenzenübergreifend, wir schauen auch natürlich, wir sind auch Englisch, ja, also wir können auch alles auf Englisch machen und das kommt noch dazu. Und, ja, ich hoffe, ich konnte irgendwie weiterhelfen mit diesem Video. Einfach nur mal einen Puls, drei Dinge nochmal zusammengefasst. Begebt dich nicht in die Opferrolle, auch wenn es super easy ist, insbesondere wenn du in Deutschland bist und in Deutschland lebst, ist es so leicht, sich runterziehen zu lassen, ja, egal, wo du hingehst, zum Stammtisch, ins Café und so weiter, die Leute jammern die ganze Zeit nur rum. Ich kann ja eins sagen, es tut gut, wenn du mindestens drei, vier Mal im Jahr, wenn du sie leisten kannst, mal verreist in andere Länder, ja, und dann mal vergleichst, wie schlecht es denen tatsächlich geht, aber wie wenig die jammern im Vergleich zu Deutschland, ja. Okay, das ist das Zweite. Dann das Dritte. Immer da, wo es einen Verlierer gibt, in der Wirtschaft, gibt es einen Gewinner, ja. Und dann das Letzte, der fünfte Punkt ist, dass letztendlich Geld wird nicht weniger, Geld wird immer mehr. Das heißt, es ist kein Mangel an Geld da. Es geht nur darum zu wissen, okay, wie komme ich da ran, ja. Access, Market Access, ich muss Märkte verstehen, ich muss Märkte analysieren können, ich muss sie verstehen können, ich muss dann verstehen können, okay, wie komme ich an die Firmen in diesen Märkten ran, das heißt, dann geht es um die Entscheideranalyse, ja, dann geht es um die Entscheideransprache, dann geht es um Kaltakquise und so weiter. Das heißt, häufig ist es sogar so, dass bis wir überhaupt mit der Akquise anfangen, erst mal so einen gewissen Marktanalyse-Prozess erst mal davor schalten müssen, ja. Dann die Akquise, dann Kundengewinnung und nach der Kundengewinnung dann das Marketing weiter ausbauen und dann sozusagen Cashflow erzeugen und dann mit dem Return Invest sofort wieder reinvestieren und das Business weiter aufbauen. Okay, von A bis Z und ich hoffe, du konntest hier wieder was mitnehmen. Ich muss jetzt leider wieder weiter, ich habe noch heute viel zu tun, aber ich wollte hier einfach mal einen Impuls mitgeben, weil ich das immer wieder höre, Leute, die sich auf irgendwas fokussiert haben und letztendlich den Wald vor lauter Bäumen nicht kennen, weil sie einfach so einen Tunnelblick nur haben auf irgendeine Branche, wo es jetzt einfach mal ein paar Jahre lang lief. Aber letztendlich gibt es noch mehr da draußen und du musst immer schauen, dass du deinen Kopf, sagen wir mal, deinen Kopf frei hältst, ja, und auch mal links und nach rechts schauen können und viele Leute sind einfach zu involviert in ihren Routinen. Also, ich wünsche dir was. Bis dahin, happy hunting, dein Thomas Klein. Er잖아. Vielen Dank. Vielen Dank.